Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebes Zauber, 6. September 2017 Ein Herzesmann oder eine Herzesdame kann ich nicht herzaubern, aber ich kann ihnen helfen. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe und dieser Energiefeld befindet sich im Augenblick im Dirkreizeichnen Widder. Dieser Energiefeld bewegt sich auch und nähert sich immer mehr zu einer Verbindung zu dem Sternbild Andromeda. Andromeda gilt als gefesselte Frau, bis dann Perseus kam und befreite von diesem Ängste, befreite von diesem Fessel. Und das war dieser Wechsel, diese Veränderung, aber auch gleichzeitig diese Befreiung. Und bei den beiden war das auch die große Glück in die Liebe. Und diese Energie nähert sich. Und bei vielen Menschen ist es gerade die Wandlung, verändern etwas in bestehender Partnerschaft, dass da mehr Glück, mehr Leichtigkeit kommt. Bei anderen Menschen wirkt es anders. Die befreien sich von einer Beziehung und fangen etwas Neues an. Jeder erlebt das etwas anderes. Natürlich, die bestehende Partnerschaft kann auch Befreiung sein. Also das muss nicht immer mit Trennung in Verbindung setzen. Aber wichtig ist Atmen. Und in dieser Wandlung, in diesem Prozess befinden wir uns, weil das ist die Energie, was ausstrahlt in Liebe Partnerschaft. Dann kommen andere Einflüsse von außen. Das hat sich verändert. Das ist wie ein Wechseln. Und wir werden anderes damit umgehen. Andere Handlungsweise. Das bedeutet, wir betrachten unsere Beziehung oder Thema Liebe Partnerschaft nüchtern. Überlegen und bringen wird es in Ordnung. Und diesem Zeitqualität befinden wir uns gerade. Wie das bei den Einzelnen wirkt, das können wir maßgeschnitten anfertigen. Und dabei kann ich Ihnen helfen, weil jeder erlebt das Anderes. Und bei vielen Menschen gibt es noch Hindernisse oder Blockade. Und das sollte man erst mal auflösen. Auch eine Art Befreiung, damit diese Liebesenergie ungestört fließen kann. Natürlich auch die Zeitqualität erkennen. Wenn sind die richtigen Momente im Leben. Und welchem Ort sollen wir uns bewegen. Und das ist mein Angebot. Und unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Wenn das schnell gehen sollte oder haben Sie eine kurze Frage, bin ich auch telefonisch erreichbar in meinem Hotline. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Hier ist sicherlich. Das S accidentally partein wird da. Verbandsch Potter. Wie ist es? Das Comunikation. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist. Das Handy ist. Da wird aus dem Wird aus. Wie ist es? Wie ist es? Renate die Zeitpunkte. Shi mal das wirklich? Da, was ist es dich? Du никet.